Hallo. Jetzt aber ernst. Hi, ich bin Lukas und ich wöcke hier seit drei Jahren mit. Ich habe diesen Verein mitgegründet und bin total glücklich. Wir haben viele neue Gesichter im Laufe der Zeit gesehen, was hier draus geworden ist. Was total cool ist, man muss dazu sagen, die letzten drei Jahre sahen ungefähr so aus, dass mir Rückenwind plötzlich viel, viel mehr Spaß gemacht hat als das, was ich da in der Universität getan habe. Ich studiere nämlich Wirtschaftsingenieurwesen, Richtung Nauingenieurwesen. Man muss sagen, das ist nicht gerade meine große Leidenschaft. Sodass ich dann angefangen habe, so 75% meiner Zeit für Rückenwind aufzuwenden und vielleicht 15% für die Uni. Oder vielleicht eher 5%, 10% noch für Sport. Das liegt darauf hinaus, dass ich da nicht sehr weit gekommen bin oder auf jeden Fall nicht weiter gekommen bin. Das wollte ich jetzt mal ändern und ich habe tatsächlich auch Motivation für mein Studium gefunden. Und jetzt ist etwas besonders Tolles passiert. Ich habe nämlich eine Möglichkeit gefunden, die Uni tatsächlich mit Rückenwind zu verbinden. Und darf jetzt meine Wäschearbeit über Rückenwind schreiben. Und ich habe total Lust mich jetzt auf eine theoretische, analytische, wissenschaftliche Art und Weise mit diesem Verein auseinanderzusetzen. Und damit ihr das weiterhin möglich macht, dass Leute ihre Wäschearbeit über Rückenwind schreiben, dass wir hier an Geflüchtete Fahrräder verteilen können und Geflüchteten hier Fahrräder operieren können. Spendet ihr uns doch ein bisschen was zu Weihnachten. Zum Beispiel ein Fahrrad pro Monat. Das wären dann 12 Fahrräder im Jahr. Das wären jetzt einmalig 300 Euro zu Weihnachten. Ihr könnt natürlich auch was anderes spenden, je nachdem wie ihr euch ruhig fühlt. Genau. Helft uns einfach. Bis zum nächsten Mal.